ARD Text im Auftrag von Funk Jawohl, Babys! Herzlich willkommen zurück zu der leider schon letzten Sendung von The Ink Thing – The Life of Choice. Wir haben ja unser grosses Gewinnspiel am Laufen. Heute am Ende der Sendung kommt aus, wer das tausend St. in Form einer Mammo Gucci gewinnt. Aber zuerst geht es ihnen um 500 Franken bar in die Hand. Wir haben vorhin die Frage gefragt, wieso ist eigentlich ein Helikopter dazu da, wenn es bei der SBB heisst zu und her geht. Und Gülscha hat natürlich das bei Barbara nachgefragt. Ob ihr die richtige Antwort eingehen habt und somit weiterhin im Rennen bleibt für die 500 Stutz, das findet ihr jetzt draus. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Und unser Licht ist tatsächlich Barbara. Du kannst uns sagen, was macht ein Helikopter, wieso braucht es das hier? Genau, wir brauchen es hier, weil wir hier auf einem Gleis sind. Neben uns ist eine steile Böschung, auf der anderen Seite auch Fluss. Das Material muss aber gleich irgendwie hierher kommen. Und da braucht man manchmal ein Helikopter. Also in diesem Fall ist es zum Beispiel die günstigste Lösung gewesen, sämtliches Material mit dem Helikopter anzuliefern. Was ist denn das für ein Material, neben einem Netz, wo wir gespannt werden müssen? Nicht selber und dann auch alles, was es für die Fundamente braucht. Auch die Anker, die in den Boden kommen. Dann auch Wasser braucht es, Druckluft meistens, Bohrgeräte. Diverses Material für die Arbeiter, Schutzsäle zum Beispiel, für sich selbst zu befestigen. Oder auch die Zoom-Nummer hier gesehen, wo das Bandtrasse abgesperrt wird. Ja, ganz viele Sachen. Und wie häufig kommt so ein Helikopter bei so einem Projekt? Ich denke jetzt mal, der ist auch etwa drei bis vier Mal geflogen. Also vor Wissen bis hierher. Aber die Bauarbeiter, die hier verantwortlich sind, werden nicht eingeflogen mit dem Helikopter? Nein, die müssen anders kommen, ja. Und wir? Wir laufen jetzt zur nächsten Testatel. Wir müssen laufen? Genau. Gibt es keine Helikopter für uns zwei? Nein, leider nicht. Wir können irgendwo einen Zug verwischen. Es hat hier ein Gleis. Und dann hat es sicher irgendwo auch noch einen Zug. Und wir hoffen natürlich, dass die meisten von euch, wenn nicht Gaudal, die richtige Antwort, nämlich, was war es? Das C angekreuzt dann. Es liefert das Material zu ähnlichen Stellen. Und wie gesagt, es gibt natürlich dann noch ganz viele weitere Beiträge, wo wir sehen, was unsere Gül schon alles so erlebt hat.